Gesundheit und Wohlbefinden, dafür sorgen die Beratung Ihrer Apotheke und die Apotheken Umschau. In der neuesten Ausgabe lesen Sie, wie Sie Ihren Husten schnell wieder loswerden, was Ihnen bei einem Magengeschwör am besten hilft und wie Sie mit der Apotheken Umschau und den Volkshochschulen Bewegung und Entspannung ideal verbinden. Lesen, was gesund macht. Die Apotheken Umschau. Alle 14 Tage neu. In Ihrer Apotheke.